In der Minecraft Version 1.9 und aktuell mit dem neuesten Snapshot ist es möglich geworden Welten ein benutzerdefiniertes Icon zu geben. Dazu benötigst du eine .png Datei in 64x64 Pixeln. Erstellen kannst du diese beispielsweise, indem du in einem Bildbearbeitungsprogramm wie Gimp oder Photoshop ein Bild mit genau diesen Abmaßen erstellst und es schließlich als icon.png exportierst. Nun öffnest du dein Minecraft, gehst in den Singleplayer und klickst auf Edit bei ausgewählter Welt. Nun kannst du den Ordner öffnen und die eben erstellte icon.png Datei in diesen platzieren. Nach einem Klick auf Save World wird das Icon übernommen und kann über den Button Reset Icon wieder entfernt werden. Mehr zu 1.9 gibt's auf news.tutorialcenter.tv